Hallo, Willkommen zurück zu einer neuen Folge Raft mit dem Kidmore. Möchtest du Telefonansagen machen, Chi? Nein. Was war jetzt die Intention dieser höchst erotischen Anmoderation? Du hast mich mal kritisiert, dass ich... Du hast mal angemerkt, dass meine Anmoderationen immer gleich klingen. Achso, und deswegen nimmst du sie neuerdings erotisch auf, weil du glaubst, das ist dann besser, oder? Du, also es gäbe auch andere Mittel und Wege. Ich wollte damit nicht sagen, dass du mehr Sexappeal in deine Stimme reinlegen solltest, aber ich glaube, dass... Nein, nur so komme ich auf meine Follower. Aha, so funktioniert das also. Ja. Komisch, wenn ich das mache, dann bringt das irgendwie nie was. Du hast keine Möpse. Beziehungsweise, du solltest für deine Gesundheit keine Möpse haben. Ich möchte dazu jetzt nichts sagen, weil alles, was ich dazu jetzt sage, können mir hinterher nur negativ ausgelegt werden. Wahrscheinlich, ja. Grundsätzlich, Männer, die derartige Kommentare bringen, werden sofort als sexistisch abgestempelt, während das bei Frauen kein Problem darstellt. Und deswegen hab ich ja auch erwähnt, deine Gesundheit, weil wenn Männer Möpse haben, äh, sind sie meistens etwas korpulenter und das ist meistens nicht so gut für die Gesundheit. Oh, ich, äh, seh grad übrigens, ich hab extrem Hunger. Ne, aber da hast du natürlich vollkommen recht, ja. Oh, ich hab Hunger, Chi. Chi, ich muss richtig was essen. Oh. Du weißt, wer das denn vor mir die Mangos einfach isst, ne? Ja, natürlich. Weil sie sich so halb am verhungern und sie so, um, 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 um. Ja, ich hatte heute auch Hunger. Lass mich. Irgendwie, ich finde. Mich cool? Ja, danke schön. Ist aber lieb von dir. Alter, wie arrogant kann man sein? Ja. Na, ist gut, komm mal. Ich hab uns was gebaut. Zack. Ähm, weißt du was, wo hast du uns was gebaut? Jetzt, warte halt kurz. Da, wo du mit den Fingern drauf zeigst, was hatten wir schon? Ja. Da. Wir haben jetzt zwei davon, das heißt, wir sind effektiver. Echt? Aber wir brauchen natürlich jetzt auch doppelt so viel Planken, das weißt du, ne? Oh, guck mal. Das ist okay, wir haben eine Insel. Boing. Oh nein, jetzt drehen wir uns, du Kacke. Hallo. Hallo, Ingel. Kann ich mich da wegpaddeln? Kann ich uns da wegpaddeln? Och, ich hab immer noch Hunger, ne? Ja, mir geht's gerade. Versuche mich gerade hier von den Kartoffeln irgendwie zu ernähren. Ach ja, der Angel wollte ich machen, na gucke mal. Können wir eigentlich, warte mal. Ich würde gerne noch mehr von diesen Sammelnetzen machen, wenn ich ehrlich bin. Mir juckt mein Mops. Moment. Was? Was? Jetzt nicht mehr. Was hat dir gerade gejuckt, Chi? Mein Mops. Dein Mops? Ja. Es kann passieren, dass die jucken. Gar nichts dafür. Ach, ach so. Aber warum, aber hast du davon nicht mehrere? Ja, es hat nur einer gejuckt. Ach so. Die Einzahl war durchaus mit Grund. Auch das, würde man das als Mann ansprechen, würde man sofort als sexistisch abgestempelt werden. Ich finde, unsere Gesellschaft, äh, sollte sich da deutlich hinterfragen. Oh, hier ist ein Platz frei. Das kannst du mal auf Twitter posten. Dann hinterfragst du dich ganz andere Sachen. Ach, bitte nicht. Dinge, die da hinterfragt werden, die will ich gar nicht, äh, da will ich mich gar nicht drüber auslassen. Ja, Twitter ist keine nette Plattform. Was? Ach, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ach. Ich finde, da sind nur tolle Menschen unterwegs. Hm. Oh, all die Wahrheiten, die dort geschrieben werden, das ist, äh, echt famos. So wahr. Ich weiß schon, auf was du geierst, da hinten. Hä? Hä? Ich hätte gerne eine neue Angelrute auf die Kiste. Ja, eigentlich wollte ich das Kunststoff erwischen, aber hat leider nicht geklappt. Oh nein, mein Haken ist auch kaputt. Was ist das denn? Das ist natürlich extrem ungünstig. Ich hab schon wieder eine. Chi, guck, äh, nimm mal gerade eben diese Kartoffel hier. Moment. Guck mal, guck mal hier. Ja, warte, ja. Ja, diese Kartoffel. Und sag mir, ob sich das an ein Brötchen erinnert. An ein schönes Laugenbrötchen. Ja, Sammel eher, aber ja. Das ist doch wohl ein Witz. Was denn? Au. Hilfe. Hast du mir geblieben? Bin ins Wasser gefallen, weil der Hai hier eine Plattform kaputt gemacht hat. Oder hat er mich auch noch gebissen? So ein Arschloch. Ja, echt, ey. Das ist... Weißt du, wenn man sonst keine Freunde im Leben hat, na? Da ist man wie der Hai. Arschloch? Ja, und hässlich und stinkt. Vergiss das bitte nicht. Ich find's immer noch nicht nett, wie du über mich redest. Wir haben gerade über den Hai geredet. Ja, das sagst du. Oh, Mann! Alter, ne, mach... Mann, Spiel! Was hast du denn wieder zu meckern? Aggressionen, die hab ich. Meine Fresse, gib mir das Scheiß heil. Dankeschön. Wo ist eigentlich... Warte mal. Hier. So. Da kommt ein Fass links. Was? Da kommen zwei Fässer links. Links? Ja, also... Da seh ich eins, ja. Ja, da hinten... Ach, da hinten... Ach, das ist so gut. Nein. Ja, weil ich angel gerade. Damit wir Fischis haben. Ich hab Hunger. Ich hab's auf Yoga. Ich kann dagegen nicht anessen. Ah. Ich schwöre so ein Scheißkerzenhalter. Das ist doch mal ein Witz. Was denn? Ich wollte die Kisten wieder angeln, aber... Samma! Willst du eigentlich deine Kartoffeln wieder haben? Äh, wenn du die nicht brauchst, also... Mein Charakter ist wie gerade Dauerhunger. Ach so, ich hab hier... Ah. ...was gefunden. Und noch was. Ein Sofa? Ja. Noch ein Sofa? Ne, das eine war ein Sessel. Ach so. Magst du dicker Töffi vom Ding, da, dem? Ja, dann kann ich nämlich... ...kriegen. Hui! Oh, zack! Und... ...zack! Geil! Das wäre cool, wenn ich den Hai angeln könnte. Dann hätte ich aber so riesen Fischsteaks. Aber das war doch so, meine ich, dass man den auch... Na, man konnte den töten. ...dass der halt auch was bringt, oder? Ja. Das sind diese riesen Lachssteaks. Oh, geil. Ja, Lachssteaks vor allem, ne? Ja. Ich hab richtig Hunger. Oh, Alter, Alter! Guck mal hier! Che, guck dir, da ist ein Wal! Oh, wow! Hallo! Kann ich dich auch angeln? Kann man bestimmt töten. Der bringt bestimmt auch Lachssteaks. Mhm. Ein bisschen größere. Oh, geil. Was zu essen. Ich gönne mir das mal gerade, ne? Ich hab echt Hunger. Dafür angele ich, ja. Mein Charakter ist gerade wieder chronisch am Verhungern. Ja, die doch. Achso, sag das doch! Ne, alles gut. Ich hab noch keinen, keinen, keinen Need dafür. Aber er ist auch immer sehr low mit seiner Gesundheit. Ach, mit seinem Hunger. Guck mal, was ich hier hinter dir mache gerade. Oh, geil. Nur ein zweiter Green. So, und mal überall Planken nachgelegt gerade. Hast, hast du Palmblätter? Äh, zwei. Okay. Ich bin da auch sehr kurz. Das ist ja knapp. Boah, ich hab so Muskelkater. Wie kann man so Muskelkater haben, ey? In den Unterarmen. Boah, geil. Ich liebe Muskelkater. Ja. Ja. Ich hatte letztens, aus irgendeinem mir nicht erklärlichen Grund, weil ich ja keinen Sport gemacht habe, Muskelkater in den Oberschenkeln. Das ist auch geil. Hm. Ich hab Muskelkater in den Unterarmen und in den Schultern. Nein. Wo ist es? Da. Hilfe. Das Fluss treibt ab. Ne, ich bin ja drauf. Alles gut. Hast du den... Okay. Du bist ein Idiot. Da ist ein Fisch für dich auf dem... Dankeschön. Dankeschön. Beide einfach nur noch am Mampfen. Ja, so lässt sich's auf dem Meer aushalten. Einfach, einfach am Essen. Boah, stell dir vor, du bist hier auf dem Meer, so richtig idyllisch und hast einfach geiles Essen und zu trinken und hast keinen Stress mehr im Leben. Keiner geht dir auf den Sack. Genau. Ja, das ist so, du hast deine Ruhe. Also so schlimm stelle ich mir das ehrlich gesagt nicht vor. Ja, wenn ich mir sowas wirklich bauen könnte... Dann ja, aber... Ach so, was hab ich dir jetzt weggeschnopst. Ja, so am besten mit einem Hammerschlag sofort alles hinzimmern, ne? Das wär schon... schon nicht schlecht. Okay, kann ich hier jetzt... Was ist die eigentlich mit den ganzen Flaschen? Ja, ich find die die ganze Zeit. Und ich hab das nicht gefunden. Ja, die kommen vom Angeln. Deswegen hab ich dich hier. So, Chi, guck mal, was ich hier mache. Quatsch eben das hier. Und, äh... Guck mal hier. Och, geil. Da. Mmh. Scheiß. Och, ja. Weiß. So geht's mir auch. Oh, ich hab jetzt grad richtig Bock. Magst du Fisch? Also RL? Ja. Ja. Oh mein Gott, ich liebe Fisch. Ich hab ja, ähm... Also RL kann ich ja... Einen... Und dafür bin ich auch in der... Im Bekanntenkreis berühmt-berüchtigt... Einen richtig geilen Lachsauflauf machen. Geil. Sollte ich dich jemals besuchen kommen, dann musst du den mir machen. Ja, das klingt... Weil... Drecksau, ne? Da hat sich jetzt erledigt mit dem Besuchen. Ich hab mich so eben... Oh, Mensch. Nee, aber... Ähm... Nee, so richtig geil mit... Mit Fettkäse drauf und Spinat und... So weiter alles, ne? Geil schon. Ja, und natürlich Lachs. Logischerweise. Was? In deinem Lachsauflauf kommt Lachs rein? Ja, stell dir vor. Manchmal. Oh, stimmt. Das wollte ich auch mal bauen. Äh, ist das ein kleiner jetzt, oder? Ja. Okay, kann ich da... Ich mach da... Ich mach da Töffis rein. Töffis? Okay, ich hab auch... Ich hab geguckt, ob ich da Beeren einpflanzen kann, aber kann ich nicht. Hm. Aber brauchen wir ja nicht auch eine Vogelscheuche wegen... Ähm... Warte, ich mach mal eine Vogelscheuche. Ja. Ich hab sie mal kurz gewässert. So. Guten Tag. Hey, Chi, wer bist du denn jetzt? Ich seh euch so identisch. Kommt zu unterscheiden, ne? Oh, guck mal, da hinten kommt wieder eine ganz kleine Insel. Oh, oh. Oh ja, mit deinen Lieblingsvögeln. Oh, geil. Wobei ich tatsächlich sagen muss, die Schweine, die waren... Obwohl, ich hab ja jetzt eine Schweinsmaske. Dann tun die mir doch, glaub ich, nichts mehr. Oh, mein... Keine Ahnung, ob das so funktioniert. Ist wieder kaputt. Ich meine, mich daran erinnern zu können, dass das so war. Keine Ahnung. Oh, geil. Hab ich da noch... Nee. Okay. Äh. So, dann lass mal eben hier... Alter. Was soll das denn? Ich seh, wir haben dieselbe Idee. Ja. So. Wenn ich jetzt noch... ...mehr Palmblätter hätte, könnte ich... ...noch ein paar Seine machen. Ja. Das gibt's mir leider auch. Ja, ist schon... ...die sich schon nicht so cool. Okay. Palmblätter, das sind hier Mangelware. Oh. Das ist natürlich ein bisschen gefährlich hier mit den Löchern, aber... ...matsch. Matsch. 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 Fallblatt, Fallblatt. Kann ich, kann ich... Ach, scheiße. Ah, Mann, wo warst du denn jetzt? Hinter mir. Das ist doch nicht wahr. Was denn? Ich hab kein... Ich hab nicht genug Zeug, um mir ein Paddel zu machen. Ach, warte. Sonst wär ich da eben drüber gepaddelt. Paddel? Ach, scheiße, ich auch nicht. Ja, komm, ist egal. Na toll. Wir sind hier runtergefallen. Wir kollidieren ja eh mit der Insel. Sag mal. Was machst du denn da? Doof sein. Ich seh's. Ja, ja, Palmblätter. Ach, dieser Kackvogel. Schon wieder. Nee, der frisst unsere Törfis. Nee, das sind andere, die die Törfis fressen. So, bleiben wir hier, verkeilen wir uns. Das wäre natürlich irgendwie cool. Ja, wir verkeilen uns. Ja, geil. Ach so, warte, ich hab aber noch extrem Durst. Ähm. Kann ich noch mal eben was trinken? Wow. Du kannst übrigens hier das Lax-Ding heilen. Haie essen, ne? Ach so. Das Lax-Ding heilen. Ja. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Okay, ich brauch Planken. Uah. Okay. Scheiße. Bin ich einigermaßen stabilised? Schiff. Danke. Also ich geh jetzt auch da hoch, ne? Ja, ja, ja. Ich glaub, das Floß haut schon nicht ab. Interessant wird's eher werden, wie wir hier wieder loskommen. Au! So ohne Panne schon, ja. Dreckiger Hackvogel, ne? Das hast du dir doch nicht immer von dem Vogel ärgern lassen. Ach, guten Tag. Warum greifst du eigentlich mich an die ganze Zeit? Das weiß ich nicht. Wie sieht das, dass du kack bist? Oh, ich hab ne Höhle gefunden. Oh! Nein. Oh, haben wir ne Schaufel? Nein. Ich hab, glaub ich, Sand gefunden. Wir können, ja. Sand liegt hier theoretisch überall. Aber ich brauch eine Schaufel, um das aufzunehmen. Hier, der Haufen. Ja. Ne, wir haben sowas nicht. Aber ich weiß auch nicht, wie wir sowas machen können. Oh, hier ist ein Pizza. Ich hab Pizza gefunden. Okay, vielleicht müssen wir die erst freischalten. Oh Mann, das ärgert mich gerade. Hier ist überall Sand. Fuck, Dreck. Ne, ich hab schon im Forschungstisch geguckt, aber da war halt auch nix. Deswegen bin ich ja verwirrt. Das war, ich bin gerade woanders gewesen. Hä, im Forschungstisch war keine Schaufel? Ne. Außer ich hab sie übers, also war ne Metallschaufel. Aber, wir haben halt auch keinen Ofen. Hey, aber. Da war kein, keine Metall. Hä? Kein Sinn. Aber. Oh, jetzt hast du auch Bekanntschaft mit dem guten Herrn Vogel gemacht. Ja. Der ist toll, ne? Super. Boah, da kommt hier so ein Kackschwein. Super. Töte es, dann haben wir das Ding. Hä? Ach ja, ich seh dich. Aua, warum greift mich das in der Hand? Ich hab doch die Maske auf. Ja, vielleicht funktioniert das so nicht. Vielleicht bist du gerade beim falschen Spiel. Ich dachte, das würde so gehen. Na, anscheinend nicht. So, ich hab mir jetzt ein paar. Alter. Oh Gott, ich bin fast tot. Das ist schlecht. Nicht sterben, bitte. Wenigstens gibt's hier keine, äh, komischen Monster, wenn's nachts wird. Ich bin nicht ganz nett vom Spiel, dass es so nicht ist. Oh. Weiß ich auch nicht laut. Aua. Nein, lass mich schweißen. Uah, schweiß. Uah, schweiß. Uah, schweiß. Uah, schweiß. Uah. Ja, ich hab auch eins. Hm. Oh, scheiße. Nimm den scheiß Haken zurück. Äh, was kann ich denn wegschmeißen, das da? Aua. Okay, das war... Wie hatte ich das Gefühl, dass es... Funktioniert, wenn man, wenn man die Masken auf hat, dass man... Das einen die Tiere dann nicht mehr angreifen. Rote Blume. Kann ich hier hoch? Oh ja. Okay, ich muss noch irgendwie... Hast du schon rum? Nee. Ich hab grad andere Probleme. Oh, Motivationsspruch. Oh. Oh. Weiß. Der Saga, ich hab... Oh. ...eine Probleme hier. Oh, hallo, Chi. Hi. Ja, komm. Weißt du, ich frag, warst du schon oben und... Ach so, das weinst du mit oben. Ach so, ja, dann war ich schon oben. Alter. Oh, dieses Kackschwein, ne? Boah, ist das hässlich. Ich geh mal wieder runter. Ist das hässlich, ne? Ich bin wieder auf dem Weg nach unten. Boah, und jetzt kommt der Vogel auch noch, ne? Also ist doch... Genau, deswegen bin ich wieder auf dem Weg nach unten. Kein Bock mehr auf die Scheiße hier. Ich folge dir gerade unauffällig. Sehr gut. Oh ja, Vogel. Hallo Boot. Oh, hier ist aber noch ein... Kann ich den hier noch mitnehmen? So. Ich hab doch bestimmt jetzt hier irgendwas... ...gefunden. Oh, das, äh... Gesellschaft. Ich kann grad nicht. War toll. Da machen wir wieder ein Stückchen. Na so. Ah, ne. Oh, die Kartoffeln sind fertig. Aua. Oh, äh, vielleicht sollten wir... ... bisschen wegfahren. Ähm. Warte mal, kann ich ein Paddel wieder machen? Das weiß ich nicht. Ne, mir fehlt Kunststoff. Wie viel Kunststoff? Eins. Äh, ja warte, ich hab hier Kunststoff. Da. Dankeschön. Warte, dann kann ich jetzt auch... Oh. Wir haben Platz mehr für'n Paddel. Ich hab'n Netz gemacht. Äh. Ja, unsere Töffis. Hast du grad noch... Hast du grad noch... Äh, hast du... Aber hast du Platz mit dem Inventar? Äh... Äh... Ja. Kannst du das hier aufnehmen? Kannst du das hier aufnehmen, bitte? Scheiße, ich hätte doch... Ich hab'n kleines bisschen Paddel gemacht. Äh, gehabt. Hier, warte. Ach so. Ja, mach das alte erst weg. Ja, bin grad dabei. Funktioniert? Alter Mann, ist das zum Kotzen. Ja, funktioniert. Okay, dann müssen wir jetzt... in diese Richtung. So. Find'n's immer schön, wie wir so Pitche-Patche auf dem Holz machen. Hm. Pitche-Patche, Pitche-Patche. Ähm. So, warte mal. Hier nochmal. Wie kann ich denn schon wieder so viel Hust haben? Ah, Kartoffeln hast du geerntet. Sehr gut. Okay. Ui. Ah! Ich bin fünf losgefallen. Aua. Nee, es ist nicht so gut. Autsch. Komm mal. Ach, Wasser. Kann ich hier gerade eigentlich... Wo ist unsere Kiste? Ach, da. Ach, da. Ich hätte gerne so einen Button alles einsortieren. Dann stackt der automatisch, was da schon drin ist. Oh, warte mal. Gibt's das hier nicht? Das weiß ich nicht. Oh ja, dann gibt es. Oben quasi der, der lebt. Linke Button im Lager. Dann stackt der automatisch alles rein, was, äh... Was du im Inventar hast, was da schon drin ist. Sehr geil. Hm. Gut zu wissen. Ich lebe jetzt hier rein. So. Alter, ich habe nicht mehr so viel Hunger. Ja, nimm wohl. Das ist jetzt auch mal so ein Hai. Der Fies hier. Ach so. Ich wollte gerade noch ein Hai wieder drauflegen. Ach so, nee, ich jetzt. Sorry, jetzt habe ich... Der Fies hingelegt. Ja, ist schon okay. Die passt schon. Nein. Nein. Okay. Oh, sehr geil. Danke. Wir müssen mal in die Richtung hier, ne? Was haben wir hier? Tisch. Ein Tisch. Ein Tisch. Ey, der Bübsch. Ey, der Bübsch. Die Schawangin. Okay. Oh. Was ist das? Jetzt. Das ist nur ein Ständer. Ich habe Schluck auf. Süß. Voll ja. Oh. Nein, 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 du Scheißhai. Doppel. Oh. Oh. Doppel. Oh. Das ist ja so ein Floß. Oh, Scheiße. Was denn? Was denn? Ja. Diese Rillen sind nicht so die beste Idee. Nee. Aber irgendwann haben wir ja hoffentlich genug, um die Rillen zu stopfen. Die brauchen halt nur so unglaublich viel Palmwedel, ne? Ach, damn it. Das ist, äh... Ja, Haltsmaul, du Scheißhai. Ja, braucht man wirklich. Ja, ist schon. Das ist halt nicht so geil. Aber gut. Äh, was ist hier? Kann ich eigentlich? Warte mal. So. Oh, das kommt wieder eine Insel. Toll. Ich wollte den Hai angreifen, bin ich, statt es ins Wasser gegangen ist. Das ist gut. Ich bin sehr effizient in der Hai-Verteidigung. Ich biete mich quasi als Lebendköhler an, aber er hat sich entschlossen, doch besser auf dem Holz rumzukauen. Ich muss mal kurz das Paddel zerstören, sonst habe ich keinen Platz im Inventar. Dankeschön. W-w-was? Ich habe gerade fertig gepaddelt. Oh, kann es sein, dass unsere, ist unsere, äh, Brüllscheuche kaputt? Hat die nicht zwei Arme? Stimmt, ja. Vielleicht, weil Vögel sie angegriffen haben. Dieser Große mit dem Stein, oder? Nee, vielleicht andere. Ach, das waren, glaube ich, diese Kackmöwen, die immer wieder angreifen. Stimmt. Ich erinnere mich. Ja, klar, natürlich. Deswegen hatte ich auch vorher die Vogelsteuche gebaut. Ja, die Erinnerungen sind sehr, sind sehr, wie sagt man, nebulös. Natürlich nebulös. So, ich mach jetzt mal, Alter, wow. Aha. Mach die ganze Zeit schön brav Seile. Damit wir Netze machen können. Können wir hier? Können wir hier was? Anpflanzen? Ah ja. Guck mal. Ich hab mal einen Wassermelonen angepflanzt. Huh. Huah. Geil. Ach, da wird frisches Wasser. Ich steuere dir direkt auf eine Insel zu. Ist dem so? Ja. Äh, äh. Oh ja. 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 Okay. Oh, was ist das denn da? Okay. Äh. Soll ich gleich mal was überprüfen? Nein. Tschüss. Hast du jetzt schon mal an den Forschungstisch geguckt, ob du eine Schaufel findest? Ach so. Ne, hab ich jetzt noch nicht gemacht. Ach so, hier kann man gar nichts mitnehmen. Hä? Wie lame. Ich dachte, das wär hier irgendwas, was ich... Hä? Was denn? Das geht ja... Hä? Versteh ich nicht. Wir haben ja angezeigt, dass ich Sachen mitnehmen kann, aber irgendwie doch nicht. Huah. Hi. 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 Ich bin ja da. Hi. Äh. Ach so. Was hast du? Schaufel? Mhm. Soll ich uns mal hier wegpaddeln, oder willst du noch auf die Insel? Hm. Warte, warte. Obwohl ich kann auch gleich werden, wie wir auf hoher See sind, äh, gucken. Naja, wir treiben gerade sowieso schon ab. Insofern... Stimmt, ja. Ja. Na... Da passt schon. Dann... Dann helf ich uns. So, Theorie ist, Alter. Wow. Was denn? Da hat sie Floß gerade am rumbabern? Also theoretisch gesehen hätte man... Da oben ist glaube ich noch irgendwas, aber... Naja, egal. Egal. Wir bräuchten vielleicht mal einen Anker oder sowas. Is egal. Nein. Ach dammit. Ach so, äh, was hältst du denn von der nächsten Folge, Chi? Ach so, ja. Davon halte ich viel. Tatsächlich. Ja, das wäre doch mal eine gute Idee. Ja, finde ich auch. Äh, ja. Dann... Wir sind vor auf hoher See. Und, äh, ja. Unser... Unser Szenario heißt Palmblätter für Seine, würde ich sagen. Oh Gott, ja. Essenstechnisch, glaube ich, geht es so einigermaßen klar. Ja. Jetzt haben wir mit den Töpfis und den Melonen. Ja. Haben wir zumindest schon mal so eine gewisse Grundvoraussetzung. Wir haben zwei Grills, zwei, ähm... Zwei, zwei, äh, Wasseraufbereiter. Aber... Ich glaube, wir sind uns einig, Chi. Das reicht uns noch nicht. Natürlich nicht. Ja, dann, äh, würde ich sagen... Was du überhaupt sagst. Ja, ach, das ist nur, nur... Das war eine rhetorische Frage. Mehr nicht. Dann würde ich sagen, äh, nächste Folge geht es weiter. Und, äh, dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Super, naja. Ich glaube, das ist ein gutes Vorzeichen für die nächste Folge. Ja. Es ist besser, dass wir aufhören. Ja. Bis zur nächsten Folge, liebe Freunde. Tschö mit Ö. Tschö lüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Untertitelung des ZDF, 2020